Hallo und herzlich willkommen hier zu Bracken Spore Heroic. Ich möchte euch heute ein bisschen was über unseren Kill hier bei dem Boss erzählen, soweit ich den auf die Reihe bekomme. Wir fangen an mit den Tankfähigkeiten. Der erste Tank kriegt zum einen einen Debuff. Der Debuff nennt sich Rod. Und ja, dieser Rod-Debuff stapelt sich, macht Schaden jede Sekunde und von daher sollte man natürlich irgendwann einen Tankwechsel durchführen. Soweit so gut. Relativ easy, relativ bekannt. Die nächste Fähigkeit, die für Tanks wichtig ist und wo niemand anderes vor dem Boss stehen sollte, nennt sich Necrotic Breath, also ein Atem, ein nekrotischer Atem. Und dieser nekrotische Atem kommt jetzt hier zum Beispiel gerade, macht Schaden in der Dauer, in der er läuft. Ihr seht das hier, 5 Sekunden Cast. Und außerdem verringert es die erhaltene Heilung um 99%. Das bedeutet also, man sollte, wenn er den Necrotic Breath anfängt zu casten, voll sein und in dieser Zeit am besten irgendeinen Cooldown aktiv haben. Entweder einen eigenen Cooldown von Heilern oder so, dass man eben in der Zeit, in der der Breath dauert, nicht stirbt und den so überlebt. Jetzt hier zum Beispiel fängt er den Breath an. Er castet den erst und dann ist es ein Channel. Man kann sich also darauf vorbereiten, den Tank vollheilen in der Zeit. Und jetzt habe ich halt einen Cooldown gezogen, habe den Breath überlebt und konnte danach einfach wieder normal vollgehalten werden. Recht simpel. Die andere Mechanik ergibt sich halt von selbst, dass man halt nicht jeden dieser Breath abfangen will, ist klar. Von daher muss man ja sowieso wegen dem stapelnden Debuff einen Tankwechsel durchführen. Äh, ein anderes Ad haben wir nebenbei noch. Ihr seht das hier, ein kleineres Ad, äh, neben weiteren Pilzen, die ihr im Hintergrund so seht. Dieses kleinere Ad hat auch einen Cast, den muss man unterbrechen. Da seht ihr es jetzt gerade, es wurde ein Cast unterbrochen. Ähm, muss man einfach mal eine roter, äh, einführen, ähm, die man dann hat. Wenn dieses große Ad da ist, haben wir es hier mal direkt gefokust, sodass dieses Ad auf jeden Fall, ähm, als erstes, äh, starb und, äh, der Boss halt, äh, einfach so, ja, dem Ball runtergetickt ist. Das war eine sehr, sehr, äh, wichtige Sache. Die anderen Ads, die so zwischendurch, äh, rumstanden, sind auch wichtig, dass man sie tötet. Ähm, ja, jetzt wenn ich eure Aufmerksamkeit links hinten auf dem Hintergrund, äh, äh, ja, wenden kann, da ist so ein grüner Belag auf dem Boden. Das nennt sich Creeping Moss. Dieser grüne Belag muss weggemacht werden. Jetzt sehen wir es ja auch hier unter uns. Und dann kann man mit so einem Feuer, äh, äh, Flammenwerfer, der, äh, da rumliegt und den man anlegen kann, kann man das Ganze wegmachen. Ja, ihr seht das jetzt hier. Wird weggeburnt und weggebrannt immer wieder zwischendurch. Das ist also überhaupt kein Problem. Einfach wegbrennen. Denn ansonsten da drin kriegt man Schaden. Der Boss heilt sich. Ähm, total doof, dieses, äh, Creeping Moss. Und, ähm, von daher immer wegmachen, immer sofort wegmachen, irgendjemanden abstellen. Äh, haben wir es zumindest hier gemacht, der quasi nichts anderes gemacht hat, als das, äh, weggemacht. Und, äh, ansonsten halt auch das, was am Boss ist, ähm, wegmachen. Also im Prinzip haben wir es so. Boss-Fähigkeit, äh, beziehungsweise zwei große Tank-Fähigkeiten, äh, bei denen man halt sehr, sehr wichtig, äh, einen Tag-Wechsel machen muss. Und jetzt sehen wir hier, ähm, das sogenannte Infesting Spores. Das ist ein AE-Schaden, den er da macht auf den Raid. Und, äh, da muss man einfach bei dem 10-Sekunden-Spell, ähm, irgendwie einen Cooldown auf den Raid machen. Ja. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt zwei Pilze, die sind positiv, sozusagen. Es gibt einmal einen blauen und einen grünen Pilz, die helfen euch. Ja, da hinten sehen wir jetzt einen blauen gerade kommen. Wenn man, äh, den heilt, kriegt man im Umkreis des blauen Pilzes, also innerhalb von 20 Jahren um diesem Pilz herum, 30% Haste. Das bedeutet also, aha, man muss, äh, wirklich nah an dem Pilz ranstehen. Deswegen gehen wir auch ein bisschen hin. Und man muss den Pilz heilen. Ja. Denn dann kriegt man 30% Haste, ein bisschen Mana-Regeneration. Das ist die, äh, der sogenannte Rejuvenating Mushroom, der dann den Buff, äh, Rejuvenating Spores gibt. Aber halt nur, wenn man den, äh, heilt. Genauso gibt es noch einen Living Mushroom, also einen lebenden Pilz. Und der gibt die lebenden Sporen, die alle Ziele im Umkreis heilen. Das bedeutet also, man heilt den und alle Ziele im Umkreis werden im Umkehrschluss auch wiederum geheilt. Ja. Ja, das, äh, war im Prinzip dann schon alles, äh, an dem Boss. Wenn wir das also nochmal kurz, äh, rekapitulieren. Tankfähigkeit. Man sieht hier, ähm, der, äh, Boss wird halt weggedreht. Man guckt, dass man in dem Moment nicht vor dem Boss steht, wenn der Necrotic Breath kommt. Man wechselt sich ab. Man, äh, pullt dieses Ad dann immer daneben, sodass es, äh, gefokust werden kann und, äh, der Boss nebenbei mit runtergeht. Das ist halt wirklich super wichtig, dass dieses Ad, äh, runtergeht. Man muss halt natürlich auch neben dem blauen Pilz, äh, irgendwo in der Nähe stehen. Genauso wie bei dem grünen in der Nähe. Man muss jemanden haben. Ihr seht das hier wunderbar gerade mit dem Flammenwerfer, der diese, dieses grüne Moos auf dem Boden halt einfach wegmacht und äh, äh, ja, weghaut. Bei dem Breath ist es halt wirklich wichtig, dass ihr immer irgendeinen Cooldown mitlaufen habt. Eigene Cooldowns habt ihr als Tanks. Ihr habt, äh, Cooldowns von anderen, äh, Raid, äh, ja, Heilern oder, äh, sonstigen Leuten, die ihr da halt einsetzen könnt. Überhaupt kein Problem. Die Pilze gehen auch irgendwann weg. Ich weiß nicht, ob man sie nicht mehr komplett vollheilen kann. Ich nehme es an. Ansonsten, äh, seht ihr jetzt ganz links hinten im Hintergrund so eine Pflanze. Die kann man halt wegmachen, weil die, ähm, macht einen Schaden, diese Pflanzen. Da gibt's eben, äh, noch zwei andere Arten. Neben dem, äh, guten Pilzen sozusagen gibt's noch zwei schlechte Pilze, beziehungsweise diese Pflanzenspucker und diesen, äh, dieses Etwas jetzt, äh, wieder da ist. Da seht ihr es, ne? Der Fungal Flesh Eater. Und, äh, ja, manchmal ist es knapp. Manchmal stirbt man auch, wie hier. Aber man kann wieder auf, äh, gehoben werden. Theoretisch gesehen. Praktisch werde ich das auch. Glaubt mir. Weil, äh, wir haben den nämlich gekillt in dem Try. So, und, äh, oh, da ist der Breath richtig einmal schön in die Menge, äh, gezogen. Aber, äh, hier kein Problem. Da war das Et nämlich schon fast down. Hat uns vielleicht irgendwie ein, zwei Leute gekostet. Manchmal ist es halt wirklich sehr, sehr, äh, heftig. Das jetzt, äh, dieser andere Pilz links muss weggemacht werden. Ihr seht das. Da wird halt, äh, DPS drauf gemacht. Das, ähm, macht man dann einfach nebenbei. Und jetzt kann man sich wunderbar auf den, äh, Brackenspore konzentrieren. Denn im Moment ist erstmal kein größeres Ad mehr da. Jetzt castet er wieder. Also Raid Cooldowns an der Stelle, äh, anwenden und, ähm, einsetzen. Und wir stehen halt weiterhin neben dem blauen Pilz. Ja. Und im Hintergrund sehen wir wunderbar den Sisariash, äh, unserem Hotlock, äh, das Boss wegmachen. Tolle Aufgabe, stelle ich mir vor. Der hat auch am Ende gefragt, was wir denn überhaupt gemacht haben bei dem Boss. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu schnell geredet und dass ihr es, äh, so gar nicht verstanden habt dabei. Aber, ähm, ja, ich denke, ich habe die meisten Sachen auch nochmal wiederholt. Ne, ihr seht das schon hier. Wir haben also ein Midi und ein Range für diesen, äh, Feuerzeug da eingesetzt, damit, äh, quasi, ihr seht das jetzt ja gerade, ist einer, äh, um ihn herum hingegangen, hat es weggemacht, sobald es, äh, bei ihm um ihn herum aufgetaucht ist. Und die weiter entfernten Sachen, äh, da hat sich da, hier im Hintergrund seht es gerade wieder, der Sisariash drum gekümmert und, äh, läuft rum. Und die anderen kleinen Ads, die werden halt so nebenbei weggefokust. Äh, da seht ihr es jetzt gerade, die kleinen Pilze, die so da sind, werden einfach weggemacht. Und man nutzt halt, äh, immer wieder ein, äh, Cooldown um den Breath hier. Da ist er wieder, habe ich jetzt einen Fremd-Cooldown, denn ich hatte meine beiden großen Sachen, die so richtig dabei helfen, äh, auf Cooldown. Von daher, sowas wie Lay on Hands hilft natürlich in der Phase auch überhaupt nicht, sondern es helfen nur Sachen, die wirklich Damage avoiden, die Damage, äh, komplett unterbrechen. Hier übrigens rechts gerade der Grünpilz. Wenn man den halt, halt der wiederum alle anderen, äh, Leute in der Umgebung, das ist schon sehr, sehr angenehm, äh, aber halt auch nur so lange er lebt, genau wie der, äh, blaue Links. Ähm, wirklich eine schöne Sache. Man muss da sich teilweise ein bisschen anders umpositionieren. Man muss dann wiederum darauf achten, dass man halt nicht, ähm, vor ihm steht wegen dem Necrotic Breath. Wenn jetzt der einer vor ihm steht, äh, macht halt Schaden. Und wenn man dann zu lange davor steht, äh, kann es gut sein, dass man einfach stirbt, äh, während man davor steht. Äh, ist natürlich nicht so, dass man genauso viel Schaden wie die Tanks kriegt, denn die haben nebenbei noch den Dotting. Ja, das war der Boss. Jetzt an der Stelle, äh, wir wussten erst nicht, ist er despawned oder ist er tot, aber ihr seht das hier, er ist auf 1, 1 HP runtergetickt und, ähm, war weg. Von daher gestorben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Benjen. Imąt Instagram. Im Augenblick. Auch sein Leben ist auf 1 Uhr ist es noch auf 7 Uhr.